Hallo ihr Lieben, ich melde mich heute zurück mit einer neuen Buchrezension und zwar geht es um You, Du wirst mich lieben von Caroline Kebnis ist im Egmont Inc Verlag erschienen, kostet 14,99 Euro und hat 512 Seiten und ja, ich war sehr gespannt auf diesen Roman, weil es hier halt um Stalking geht hinten steht drauf, es wird dir so leid tun, wenn du erkennst, was ich wegen dir tun musste doch keine Sorge, ich bereue nichts ja, das hat mich sehr neugierig gemacht also in diesem Buch geht es um, ich kann den Vornamen nicht aussprechen um Genevres Beck, wird in dem Buch aber nur Beck genannt und um Jo Beck betritt die Buchhandlung, in der Jo arbeitet und er ist wohl sofort von hier hin und weg und sie kauft dort was und bezahlt mit Kreditkarte oder mit EC-Karte und er spioniert hinterher aus, wer sie ist, wo sie wohnt verfolgt sie über Twitter und Facebook weiß dann natürlich auch ganz schnell, wo sie wohnt und auch alles andere über ihr Leben und ja, er verfolgt sie halt und bringt sie dann in eine Situation die für sie dann so aussieht, als wenn er ihr das Leben gerettet hat und dadurch bekommt er sie natürlich dazu, dass sie sich mal mit ihm trifft und so ganz unterschwellig nimmt er einfach einen Platz in ihrem Leben ein ähm, ich muss sagen, ich bin extrem schwer in das Buch reingekommen bin, es hat eigentlich das ganze Buch gedauert also es wird alles aus seiner Sicht erzählt also der Stalker erzählt das Buch ähm, ich finde ein zweiter Erzählstrang wäre da nicht schlecht gewesen weil er ist wirklich das ganze Buch über der Erzähler was natürlich auch interessant ist da man dann so ein bisschen von einem Stalker mitbekommt, wie er denkt allerdings muss ich sagen, der war wirklich krank also der war richtig krank und ähm, was mir da auch ein bisschen gestört hat war einfach dieses ähm jetzt komme ich natürlich nicht aufs Wort ähm die Sprache, die war mir einfach zu wie heißt das Wort denn jetzt nicht pervers noch anders vielleicht komme ich gleich noch drauf ähm das war ja obszön das war mir einfach alles zu obszön also selbst wenn eine Partnerschaft wo Sexualität also für beide akzeptabel ist, so wie sie ist kam er wirklich so richtig frauenfeindlich rüber also selbst wenn in einer Beziehung alles stimmt wenn ein Mann so über die Frau spricht da kann irgendwas nicht stimmen also das ist mir wirklich gegen den Strich gegangen das fand ich nicht mehr schön und ähm ja das ich muss sagen ich bin eigentlich enttäuscht von dem Buch ich kann leider nur drei Sterne vergeben ich habe von einigen anderen gehört und gelesen die total begeistert sind das kann ich einfach nicht teilen die Geschichte an sich fand ich total interessant wie er auch manipuliert und ähm ja wie krank er eigentlich ist und wie er handelt und wie er auch andere Personen damit reinzieht das fand ich eigentlich sehr interessant ich hatte mir da nur ein bisschen mehr von erhofft von dem Buch ähm ich habe sie aber auch nicht zu 100% in der Opferrolle gesehen muss ich auch dazu sagen sie war mir auch als Protagonistin nicht wirklich sympathisch also ich bin auch mit ihr nicht warm geworden und ähm ja also erstmal so von der Aufmachung finde ich es eigentlich ganz schön das ist auch so ein weiches Broschierte so eine weiche Broschierte Ausgabe fand ich beim Lesen sehr angenehm aber es hatte dann einfach zu viele Seiten es war mir zu option und auch zu abgedreht ich fand da waren auch so ein paar logische Fehler drin also Sachen die er bei ihr beobachtet hat und so nah konnte er gar nicht an sie rankommen ähm durchstorken also ja das ist war für mich jetzt keine runde Geschichte ich hätte auch gerne mindestens vier Sterne vergeben weil drei vergebe ich wirklich nicht so oft wenn dann wenigstens dreieinhalb aber ich muss sagen mich hat das Buch ein bisschen gelangweilt also für mich war da gar keine Spannung drin nur zum Schluss halt wo es wirklich dann in die Zielgerade ging sag ich mal da war es für mich auch spannend aber ich hatte eigentlich gedacht das wäre so ein Buch wo man gar nicht kann vor Nägel kauen oder so ähm das war bei mir zumindest nicht so ich denke das Buch ist wirklich so eins was alle Meinungen haben kann also es wird mit Sicherheit viele geben die das total toll finden ich gehöre da leider nicht zu wollte aber trotzdem gerne eine Rezi machen weil ich auch zum Beispiel mit ähm Paddy Love Books äh darüber geschrieben habe und da ist ja eine zweite Meinung dann vielleicht auch mal ganz schön wie gesagt mich konnte es nicht überzeugen aber schaut doch einfach mal rein es ist wahrscheinlich reine Geschmackssache auch auch mit diesem Obzönen Perversen vielleicht sehe ich das auch ein bisschen eng aber meins war es halt nicht und das nimmt einem dann natürlich auch schon einen ganzen Teil der Begeisterung und ähm ja das war so meine Meinung ich hoffe euch hat das Video trotzdem gefallen trotz drei Sterne und ähm würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Video Tschüss bis dahin und dann dann wir sehen uns dann Vielen Dank.